Einwandfrei. Mal sehen, wie du dich bei der nächsten Geschichte anstellst. Und damit herzlich willkommen zurück zu Anno 2205 und der lustigen Aufstockaktion hier. Was will er denn jetzt? Mikrochips. Verstanden. Ja, das machen wir mal eben noch auf die Schnelle. Und dann nebenbei die Mission für ein bisschen Iridium. Obwohl, da kann ich vielleicht nochmal ein, zwei Missionen so zwischendrücken. Da will ich leider überhaupt nichts haben, um irgendwie die Mitarbeiter hier so ein bisschen zu reduzieren. Weil viel mehr wollte ich an der Stadt eigentlich nicht bauen. Spitzenaktion von dir. Aber dummerweise nicht das Ende vom Lied. Ach, noch ein Drohensignal. Sind unterwegs. Ja, machen wir erst mal das. Volle Kraft voraus. Verstanden. Wo will er denn hin? Sind unterwegs. Roger. Na. Will der uns jetzt ans Ende der Welt lotsen? Koordinaten bestätigt. Volle Kraft voraus. Ach, da. Koordinaten bestätigt. So, und das Zweite. Volle Kraft voraus. Koordinaten bestätigt. Na, das muss ja irgendwo hier jetzt sein. Roger. Ah ja. Anscheinend kennt hier wenigstens einer seinen Job. So, dann holen wir mal seine Sensor-Drohne. Er hat sich mal angeschrieben. Er scheint gute Laune zu haben. Oh, verjüngst. Da haben wir in Capamba genug von. Das ist schön. Na, machen wir. Verarbeite Informationen. So, mal gucken, wo er jetzt hier hin will. Im Gange. Volle Kraft voraus. Noch weiter. Koordinaten bestätigt. Verstanden. Was haben wir hier unten eigentlich? Ach, da hatten wir auch noch ein paar Häuser. Stimmt. Nee, Grafen brauchen wir nicht. Da haben wir 600. Da hätten wir das erste Paket. Bestätigt. Bestätigt. Das zweite. Im Gange. Und das dritte. Wie viele Schritte hat er denn noch? Einen denn noch? Nee, zwei. Danke, dass Sie vorbeikommen. Ich habe Ihnen ein Geschäft zu unterbreiten. Oh, die Drohensignale. Muss nicht sein. Na, prima. Dann kannst du dich ja gleich noch um das hier kümmern. Schon wieder keine Biokosten. Verarbeite Informationen. So, was möchte er denn jetzt? Logistik-Bilanz von 200 halten. Ja, sollten wir wohl hin. Da haben wir ein Zentrum. Da haben wir eins. Aber da haben wir noch keins. So. Was ist denn jetzt aus? Kleidung haben wir 36. 36. 54. Das werden wir komplett hier ausbauen. Und drüben abreißen. Ja. nicht nur noch. Dann kannst du welche noch? Ja. Da geht's. Das wird's. Ja. Da geht's. Nein. Da geht's. Na, da geht's. Da geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Na, immer mal ein bisschen die Logistikbilanz im Auge behalten. So, jetzt brauchen wir wieder die Fasern. Transferrouten bei Null. Gegenmaßnahmen empfohlen. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Mensch, das ist aber auch eine Zwickmühle. Reicht das? Gott sei Dank. Oh, da brauchen wir noch eins von. So, 126 Kleidung. Dann können wir die... Machen wir mal 120 da rüber. Verbunden. Dann könnten wir rein theoretisch... ...auf der Insel ein paar abreißen. Ja, da merkt man schon, dass es echt eine Rieseninsel... ...und dicht bebaut bei der Ladezeit. Ansonsten sehen die Routen eigentlich alle so ganz gut aus. Die könnte man vielleicht noch mal ein bisschen... ...optimieren. Objektprofil wird aktualisiert. Könnte man auch noch mal. Ich glaube, wir könnten sogar noch eine Runde aufstocken. Oh, Wallbrückbecken. Da könnten wir uns noch mal drum kümmern. Weh – dass ich's nicht. Und wir wollen uns noch mal 병ell paret. Ja, auf jeden Fall nicht. Manрен Astral,veh – ja noch mehr Gerät. Aber wir können noch mal klar Oder was ein Kreipangs kann aus? Babine Merrill … Aber da die pos Vielame einer kommt. Ja, es wird wieder erkannt. Ja, hey, nein nächstes Mal. Ja, könnten wir sogar ein bisschen mehr aufstocken, wenn wir noch ein bisschen mehr Luxuskost haben. Ein bisschen Wasser. Ansonsten mit dem Rest da könnte man durchaus noch ein bisschen mehr machen. Oh, verdammt, Minus 1. Das war jetzt natürlich gar nicht gewollt. Ähm. Oh, oh. Bin ich jetzt blind? Ich bin gerade blind. Objektprofil wird aktualisiert. Da kümmern wir uns auf jeden Fall erstmal um die Luxuskost, ja. Der Rest sieht alles echt gut aus. Ich bin gerade blind. Ich bin gerade blind. Vielen Dank.